so noch mal auf neues hi leute ich habe gerade dachte ich habe aufgenommen habe ich aber nicht heute es geht um ein neues thema das moment game moment mal ganz kurz äh du gamejewel du mob loot äh fast und du feiert x falls wir auf dem anzünden hat und sind hoch dann ist das nicht schlimm so jetzt seht ihr auch einmal plus ganz schlau man nicht die zähne ich kann auch nur 10 und 15 froh sehen die aufnahme passt bestimmtes fenster fassen sonst hat sie hier sind und nun rand kein anderes behebt wenn man sieht das auch scheiße so auf jeden fall also wir haben jetzt ein neues projekt vor das jetzt hier los geht in unserer welt so schlecht set holz von also wenn man hier drauf kommen weil die welt wird auf gaming servern.de bald kostenlos ist zur verfügung stehen ich bin kein western profi weil ähm trotzdem wird es ein western haus ähm das wird ich glaube das ist das einzige projekt was jetzt immer mehr gibt kann es sein ja ich glaube schon ähm das western projekt ähm ich kann es euch zeigen dass jetzt mal nichts das wort hoffe ich mal manchmal geht manchmal nicht okay es geht so wir werden ich zeig euch mal einen plan ähm wir machen so macht das jetzt einfach mal aus granit äh das ihr seht auf jeden ungefähr machen wir bauen ein hochhaus äh das große hochhaus in düsseldorf das ist ein vorbild und dann zeig ich das mal Moment du 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 so daran orientieren wir uns da wird jetzt nicht der arathauer genau das lva das arakhaus dara tor den dingen gibt es glaube ich nur in düsseldorf und das ist ein gigantisches gigantisches haus das wo das an den mörsenbruch direkt wo die hältstelle ist eine straße ich weiß es ich kann es auch ablesen macht aber nicht richtig dumm so hier so sie es aus werden dass ich sich eins und eins so nachstellen wie von draußen aussieht hier sieht man wo man hochgehen soll da gibt es auch aufzüge von also wie gesagt jetzt etwa der soll hier so dass früher aus das mörsenbruch ein also ganz 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 anders wie heute ich glaube so kann man das nicht mehr vorstellen dass das glaube ich denn der einzigste araktor ist auch der weg gibt es die falsche sagen aber ich glaube schon ich hoffe man wirklich die ganze wäre schon ärgerlich so also wir machen jetzt weiter dass unsere orientierung ein bisschen so also das wird unser konkurs ist das granit also wir werden ungefähr 200 blöcke hochgehen da werden fünf aufzüge drin sein das wird eine intelligente system also sobald jemand zum beispiel was bestellt wird das direkt angenommen also wird ein versicherungsgebäude wie es auch möglichkeit ist wir werden jetzt auch nicht dafür doch kein multiplayer projekt ich überleg mir weil ihr könnt ihr mein server mein freund von mir machten my server bei den auf und so server und bin mit dem kontakt dafür vielleicht das als community projekt machen sehr gut also dafür unser grundgerüst wir werden das in stream vollenden also wir sind bei sechs minuten also dafür unsere grundfläche fläche 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 genau wir brauchen ein zaun den wir mal benutzen so den tun wir jetzt einmal hier hin dass die baustelle arak das ist nicht gesponsor von arak sondern ich habe mir für nur überlegt was können wir denn als cooles thema nehmen weil ich gibt es ja den western bunker kreuzfahrtschiff 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 und es gefällt es dann hoch aus wenn man auf google guckt ich wechsle noch meine zähne weil wenn man auf google guckt moment ich habe ich hier wenn man auf guckt ich kann kein wird also was richtig cool ist hoch haus also ist nicht mit western ja vielleicht gibt es doch schon mal ja die western world genau da kannst du sagen dass das gibt oder irgendwo anders schon mal aber guck mal hier ja hier nicht ausreichend und so wir arbeiten mit mc edit also microsoft edit also muss ich noch in das thema einlesen weil wir das wird eine weil wird noch ein penthouse darauf kommen wird ein feuerladen haben auf jeden fall also wenn es auch von feuer kommt dann könnt ihr mit wasser rechnen weil wir sowas machen also wenn irgendwo eine leitung bestätigt ist da erkennt man es ja direkt erstens zweitens wird ein pool geben weil wenn wir jetzt weil wenn wir jetzt mal wieder ins internet gehen nicht daran irritieren lassen vielleicht interessiert mich einfach für das 11 september 11 september ok ok sollen wieder drei neue hochhäuser kommen ist schon lange das thema wann keine ahnung also hier seht ihr ein hoch also ein see und den will ich nachmachen also morgen das die baustelle moment dann nehmen wir jetzt einfach ein schild oder baustellen schreiben also wird ein wohnungsappartement der koppern und nur mit narki hat rein es nicht abgeguckt baustelle ich hoffe ich hoffe ich hoffe ihr mag das projekt projekt aber haus los appartement wenn falsches schirm ist irritiert das nicht also wir machen ein apartment plus ein arakhaus das vielleicht euch zu erklären ist das vielleicht euch zu erklären ist wir sind jetzt gleich schon bei zehn minuten also das video wird ein livestream und in videos bundled an meinem geburtstag der 9 april ist nicht mehr lange nächsten donnerstag da werden wir uns über dieses haus kümmern morgen kommt auch ein livestream schon da da fangen wir an aber morgen kommt auch ein video dann streame ich auf twitch ähm das ist cool also also werde immer noch gaming also werde kein vertrag mit twitch eingehen ganz ehrlich ähm also wir werden fangen jetzt hier schon mal an das wird ohne command blocks sein ja ich glaube ich bin wieder ein bisschen leise tschuldigung wenn ich leise bin ich kann nichts dafür mein mikrofon ist einfach viel zu weit weg und jetzt übersteuere ich tschuldigung tschuldigung wirklich so ich glaube ich muss mir jetzt einfach angewöhnen dass mein mikrofon immer meine friss hängt so das macht es einfach so ist doch eigentlich vorgesehen ich konnte auch so machen aber so hat sich eigentlich die position aber was willst du tun genau was willst du tun so also ich hoffe ihr versteht mich jetzt besser auf jeden fall man versteht mich jetzt besser so also wird hier bald das umgeändert wie gesagt ich hoffe das projekt wird dieses jahr noch fertig weil das wird so groß sein dann hier bis da und nochmal bis da weit hinten hin also wirklich kleines appartement sonst wird schon groß mit 50 wohnungen habe ich mir eingeplant pro stockwerk ähm also schon riesig dann ähm wer fragen zu dem projekt hat kann ich einfach kann ich einfach unter meiner geschäfts e mail wenden will jetzt ist oder v.de wie die punkt schmidt so ähm wir kümmern uns auf jeden fall uns um das thema ähm also äh wer noch wer noch andere themen haben will kann sich einfach bei kann einfach ähm vorschlag haben also wenn wir jetzt reinkommen reinkommen so äh glaube ich darum ähm wie gesagt ich sag erstmal danke beim kommenden video was geschnitten ist also ähm zu dem thema werden keine geschnitten videos gemacht ja das ist einfach ähm weil da kann jemand sagen du hast gefurscht du kannst das runtergeladen haben das will ich nicht weil wir alles selbst erbauen da ich noch weiter die technik von redstone erforschen kann ähm ähm und ihr könnt einfach zugucken wie ich verzweifle ähm das ist so cool so also baustart ist ab jetzt ähm das erkennt man das jetzt hier ein doch so ich finde es ist ein cooles projekt ich glaube wir werden da sehr viel spaß haben mit diesem teil auf jeden fall bis zum nächsten mal euer lille äh dio wie aus w w w w w Vielen Dank.